So viel mit mir angezogen, du nimmst jetzt deine Redewendungen an. Genau! Aaaaah! Mach das! Ah, dumm! Ich steig für den Panzer ein und von mir schluss der Kumpel. Ja, 200 Punkte und die 200 Punkte stammten von mir, oder was? Genau, die kommen dann auf einmal zu dritt. Meine Kugeln wissen nicht, auf wen sie gehen sollen, oder was? Scheiße, das ist noch die Falsche. Ja, kill mich doch endlich. Fuck you! Hey, ruhig bleiben. Gib mir gleich ruhig bleiben. Ich weiß nicht, dass du in der Arsch steckst mir aber auch, oder was? Ja, komm her du scheiß Misty! Ich mach dich kalt! Oder du mich, einfach mal. Jetzt mach ich dich aber kalt, du scheiß Misty! Jetzt hast du verkackt! Jetzt bin ich im Haus und du nicht! Ich mach dich mal kurz weg dir eh! Auf! 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 Ich verstehe kein Wort, Digga! Klar, warum spawne ich denn hinter mir? Willst du mich flachsen oder was? Und er spawnt schon wieder hinter mir! Hallo! Ihr spielt Absprungzone, das kenn ich von euch ja gar nicht. Ich glaube Absprungzone gerade ist sogar auf Terminal. Buffalo Soldier! Klar! Road of America! Hey, das ist auch mal interessant. Heute früh habe ich ja versucht, MP3 zu zocken, ist ja nicht gegangen. Jetzt schaue ich drauf. Man versteckt kein Wort. Klaro! Oh, mein Gott! Der eine kennt er die ganze Zeit und... an den bänken wo ist das dein verfickter ernst junge leckte überhaupt nicht so dass der wägel eigentlich rausgeflogen ist und aber gar nicht aber angezeigt und so weiter aber ich kann gegner an die mb3 auch noch rausfliegen aus der Party und alles mögliche, dann legt es ja dran an der CD. Wichtig! Nein, es liegt an euren Internet. Das Internet läuft. Wo ist die Rakete denn hin? Ist die Rakete denn auf einmal weg oder was? Ja genau. Bei uns leckt es gerade nicht mehr. Das läuft bei mir schon. Doppelabschuss mit der Granate. Ach da war der Scheiße. Alter! Das könnt ihr euch alles angucken. Ich habe so eine Frage, wenn so eine verfickte Rakete aus der Small neben einem explodiert, dann kann man einfach weiterlaufen oder? Oder wenn man sie genau in den Bauch geschossen bekommt und hier explodiert. Juck rein! Juckt mich das doch nicht! Wichtig! Was ist denn das für eine leibliche Frage? Das juckt mich gar nicht! Nein! Wir sind gerade wieder in die Wohnung gegangen. Wir sind gerade wieder in der Wohnung gegangen. Doch, das hat auch funktioniert. Und heute lagging, lagging. Rausflogen, das kann nicht gelesen werden, lagging! Wobei das Sniper-Duell mehr auf Einträglichkeit beruht hat, weil du irgendwelche Weckles gemacht hast, als sie überhaupt noch überhaupt gemacht hat. hallo ach hallo ja der schießt einfach mal durch den Pfosten ne das juckt dir nicht, er schießt mal durch den gesamten Pfosten durch oh legt mich doch am Arsch das gibts doch gar nicht vor ich muss doch mal rausfliegen oder so wir haben gleich das Spiel beendet ja ich will halt jetzt nicht mit Stufe 1 wieder anfangen ich will halt jetzt gerne mal noch kurz eine Stufe höher das ist wenigstens klar und dann schon wieder warum eine Stufe höher, was? wir haben ja gestern Abend ins Bett du bist gestern Abend ins Tisch gegangen aber dann kannst du ja gleich mal mit Level 1 anfangen so wie Eddy ja das haben wir auch noch verloren oder was? keine Fresse geht das überhaupt also Harthead ging bei mir heute gar nicht ne Harthead bin ich dreimal reingekommen dreimal das konnte nicht gelesen werden ja Eddy wie gehts denn da mal raus? klar geh ich da raus alter echt warum? so vielleicht haben wir uns doch gar nicht angestellt Lättere Nijan Nummer 1 ja oder ihr geht gleich zu mir ins Spiel obwohl nee da ist gerade voll aber ich komm zu euch oh wann bin ich denn? was war es? 27 oder? ja 27 haben sich endlich scheiß Attentäter frei oh mein Gott ein scheiß Franzose ich kann dich doch nicht mal stumm machen ich kann dich doch nicht mal stumm machen ich kannch jeden mal stumm machen Wiggle 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 hmmm Wiggle Wiggle wegg Team Deathmatch Team Deathmatch Team Deathmatch, was haben wir dann? Level ich mal ein bisschen meine M16. Klar. Ja, ich bin jetzt wieder auf der anderen Seite. Ja, ich bin jetzt wieder auf der anderen Seite. Boah, hinter dir. Ja, Mann. Ich höre dich nicht zu. Ist das dein Ernst? Hahaha. Aufklärungsdrohne bereit. Alles klar. Ach, ist das? Aufklärungsdrohne bereit. Aufklärungsdrohne online. Woah. Aufklärungsdrohne online. Jetzt wollen sie mich aber alle nerven. Richtig. Richtig. Jappard. Csie dracke. Weinen Yemeni非常強. A Slipersmere. Letz mich entered. Rebellient ist zu nicht schön. Aber sie hätten Què? Ja drin! Alle, alle, alle So, was ist die, alle? Ah ja Klaue mir den Kill, du Arf. Alter, schlapp. Richtig. Fick dich. Klar, der Heli kann wieder durchs Haus schießen oder was? Ja, fick dich! Heyo, du Arrindo! Alter, es macht doch keinen Bock mehr. Wer sind die denn? Andere Seite. Alter Schwede. Ja, richtig. Okay, das war definitiv mein Kontroll. Ja. 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 Alter, ich treff doch ein ganzes Magazin. Alter, ich bin. Da ist das. Christus! Oh, hey, jump in the door, woo! Vielen Dank.